Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, also zu einer neuen Folge von Let's Play Landwirtschafts-Sommulator 2015. Wir machen genau da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Ich bin noch nicht mal vom Gas gegangen. Äh, ja. Einmal kurz den Drescher abtanken, dann könnte ich eigentlich auch schon mal eine Ladung wegbringen in unser Silo. Jetzt hat er da noch angehalten vorher. Ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht. Ach ja, spannend, ne? Ich war so chillig gerade, ich bin schon geistig weggetreten gerade, deshalb habe ich noch gar nichts weiter erzählt. So, dann bringen wir das mal weg. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. So, und wieder hinfahren. Und dann lernen wir mal unseren Profi-Hopper aus, der noch an der BGA steht. Beziehungsweise, wir können natürlich hier schon mal ansehen wieder. So, und wieder hinfahren. Obst, stellt irgendwo eine Wand hin und Hightower fährt dagegen. So, ich würde sagen, diesmal pflanzen wir Weizen an. Ich gucke noch mal rein, was wir so haben. Ja, Gerste, kommt da jetzt einiges dazu. Raps sowieso. Boah, machen wir mal Weizen. Ich warte hier immer noch auf eine große Nachfrage von den drei Dingern hier. Ach ne, hier ist ja gar nix. Ah, da lang. Was ist das eigentlich? Linksens verwechselt. Ich eile. Na, jetzt steht ja natürlich so, dass ich durchs Feld fahren muss. Ich glaube, ich muss mir mal Autocombine runterladen. Das ist auch ein Mod. Da kann der Drescher zum Beispiel im Kreis fahren. Also, das heißt, er fängt einen Außenkreis an und fährt dann nicht hin und her, so wie der normale Standardhelfer, sondern fährt immer außen rum quasi. Dann ist das Rohr ja auch natürlich immer außen. Das würde schon Sinn machen. Ich meine, hier in der Simulation macht das natürlich nichts aus, wenn du mit dem Trecker durchs Feld fährst. Aber, ja, das muss ja nicht sein, weil im echten Leben wird das Ding ja auch kaputt gehen. Das Ding vor allem hier. Die Früchte, die Feldfrüchte. So, können wir denn jetzt endlich mal unseren Profi-Hopper ausleeren? So. Ich glaube, es ist sinnvoller, wenn ich hinten rausfahre. Hier ist ja... Boah, ist doch ewig, ey. Bist du hier mal irgendwie... Irgendwo bist. Mit dem langsam fahrenden Teil. Oh, hier ist viel Gras zu mähen, das ist gut. Wenn wir denn mal mit etwas mehr... etwas größerem Gerät hier sind, würde ich sagen. Da muss man nicht extra eine Wiese anlegen, sondern hat hier schon was. Allerdings ist das hier natürlich sehr abschüssig. Das ist dann wieder nicht so gut, aber... Irgendwie kriegt man das auch schon hin. Alter, dieses lahmarschige Teil. Absolutely. Es gibtinen Nein должно. Oh, oh, oh. 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 Irgendwie passt das Größenverhältnis, passt das alles gar nicht. Oh naja. So, jetzt müssen wir nochmal den Mähdrescher abtanken. Und dann fahren wir mal den Dings zur BGA, den Teleskoplader. Mist, war ich nicht rechtzeitig da. So, der kann ja jetzt abtanken von mir aus. Ah, jetzt muss ich einmal ausprobieren. Wo ist denn mein Joypad jetzt hier? Gamepad. Okay, okay, aha, 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 aha. Ich bin auch so ein neues Spielkind, ne? Ja, er geht ganz schön hoch hinaus. Ja. So, jetzt habe ich allerdings schon wieder vergessen, wo ich überhaupt hin muss. Sag mal, wenn hier, wo bin ich denn vorhin lang gefahren? Ach, da hinten. Bin ich nämlich da rausgefahren. Mal sehen, ob ich den Weg noch aus dem Kopf finde. Von hier lang gefahren. Oh, der tut sich aber auch mit dem Berg ganz schön schwer hier. So, jetzt lieber. Okay. Okay. Genau, und jetzt bin ich hier links gefahren. Und hier wieder rechts. Und dann dürfen wir gleich an der BGA rauskommen. Das geht jetzt natürlich viel schneller als mit dem Profi-Hopper vorhin. Oder in der letzten Folge, ich weiß gar nicht mehr genau. Ja, ich glaube es war in der letzten Folge, wo ich dann hier schon mal lang gefahren bin. Und unser Mähdrescher ist auch gleich schon wieder voll. Der dreht gerade um, so wie es aussieht. Ja. Ei, ei, ei. Ich will mal irgendwas ausprobieren. Wenn ich mich hier hinstelle, ob dann die Schranke triggert. Ne, tut sie nicht. Das heißt, wir bauen uns hier einen Unterstand hin. Ich muss mich mal hier am Feldrand ausrichten gerade. Den kann ich gar nicht, weil das Feld nicht mehr. Aber ich glaube... Oh, er ist doch, doch. Ich glaube, er steht relativ gerade gerade. Er steht relativ gerade gerade. Oh, ho, 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 ho. Wie passt denn hier noch ein zweiter hin? Ja. Ja, sehr, sehr gut. Und dann können wir hier ein bisschen Gerät hinstellen. So, der ist auch schon wieder voll. Ne, der ist auch schon wieder voll. Ach, ich bin nicht witzig. Ach, ich bin so ein bisschen, ich habe keine Lust, ich muss nachher noch zur Arbeit. Seit 18 Uhr habe ich Dienstbeginn, jetzt ist es gerade 14.41 Uhr. Am Freitag, dem 21. November. Das ist, glaube ich, gerade die vierte Folge, die ich am Stück aufnehme. Aber es macht halt auch wirklich Spaß. Wenn denn doch nach und nach die größeren Maschinen hinzukommen. Eventuell sollte ich tatsächlich mal anfangen, auf einen größeren Mähdrescher zu sparen. Ich kann ja gleich mal gucken, wie teuer der ist. Ich will hier nur einmal kurz aus dem Weg fahren. Oh, Entschuldigung. Ich weiß nicht, ich glaube, der ganz große Mähdrescher ist, glaube ich, für die kleinen Felder hier übertrieben. Oder haben wir noch irgendwo große Felder dann? Ich weiß nicht genau, also im Moment brauchen wir noch keinen ganz großen Mähdrescher. Erntemaschinen. Ja, hier, der ist ein bisschen übertrieben. Der vielleicht. Oder der hier. Der hier ist nicht viel größer als der, ne? Ah, ich glaube, es wird der hier erstmal werden dann. Also 235.000. Wobei, wenn ich den hier verkaufe, kriegen wir auch noch irgendwie 60.000 oder sowas wieder. Boah. Das dürfte nicht mal allzu lange dauern, bis wir uns denn mal was Größeres leisten können hier. Ja. So, der ist auch fertig. Den können wir erstmal noch stehen lassen hier. Den machen wir hiermit nochmal ein bisschen rum, wach. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020